Dieser neue Ford Transit steht hier zum Verkauf. Sechs Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Köpler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.